In der Mode ist alles erlaubt, doch manchmal fragt man sich, ist das Kunst oder kann das weg? So auch bei dem neuesten Trendschuh, der gerade die Street-Styles im Sturm erobert. Die Rede ist vom Balloonschuh, einem Absatzschuh der spanischen Luxusmarke Lueve. Die spitz zulaufenden Pumps könnten relativ schlicht sein, wäre da nicht der rote Absatz. Denn dieser ist so ganz anders geformt, als wir es eigentlich von High Heels gewohnt sind. Anstelle eines Block- oder Pfennigabsatzes ziert den Schuh nämlich ein roter Luftballon. Durch das Design wirkt der Ballon so, als stünde er kurz vorm Platzen. Das spanische Luxus-Modelabel ist unter anderem für seine verrückten High Heel-Kreationen bekannt. Die Absätze der Schuhkollektionen zieren wahlweise eine rote Rose, ein Nagellackfläschchen oder sogar auch ein aufgeplatztes Hühnerei. Wir sind jedenfalls fasziniert, denn ein Fashion-Statement sind die ausgefallenen High Heels allemal. Wer jetzt Lust hat, den Schuh nachzushoppen, muss jedoch mit einem Verkaufspreis von 890 Euro ziemlich tief ins Portemonnaie greifen.